Um uns gemeinsam die Zeit etwas zu verkürzen und Ihnen die Vorfreude auf Ihren AIDA-Urlaub nicht zu nehmen, tanzen wir heute gemeinsam den El Tiberon. Wir fangen mit unserem rechten Fuß an und gehen drei Kreuzschritte in unsere rechte Richtung. Wir gehen jetzt drei Schritte nach hinten. Jetzt einen Schritt nach vorne setzen, der rechte tippt dann wieder ran. Für genau die gleichen Schritte mit rechten zieht er zurück. Und den Lenken jetzt rantippen. Wir springen jetzt auf dem linken Bein und drehen uns dabei eine vierte Drehung um unsere linke Schulter. Und dann beginnen wir wieder von vorne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017